Was bestätigt den Koran als göttlich? Jetzt versuchen Muslimen uns allerhand zu zeigen, was den Koran bestätigen soll. Der Koran selbst bringt dir eine Suche wie diese Challenge, die natürlich ein bisschen witzig ist. Kommen wir gleich noch drauf. Sag, wenn sich die Menschen und die Jinn zusammentäten, um etwas beizubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Also selbst die Geister und die Menschen zusammen würden nicht sowas wie den Koran zustande bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist genau gemeint? Also sagt der Vers ja gar nicht aus. Wie immer, der sehr klare und detaillierte Koran zeigt keinerlei wirkliche Details. Geht es um Inhalt, geht es um Reim, geht es um Sinn? Grundlegend muss man erst mal wissen, das ist ja ein Test für die Nicht-Muslime, damit die Nicht-Muslime merken, dass der Koran überlegen ist. Also das heißt, Nicht-Muslime müssen sagen, ja, guck mal, wie toll der Koran ist, da kann keiner was Vergleichbares bringen, sondern das müssen die Nicht-Muslime bestätigen. Weil ich höre bis jetzt immer nur, Muslime, die das bestätigen, habe noch nie einen Nicht-Muslim bestätigt, der das gehört, der das bestätigt hat. Die Frage ist aber auch, ist Shakespeare, Einstein und Beethoven göttlich inspiriert? Weil es wird auch keinen unter euch geben, der so ein wunderbares Werk wie die Werke von Shakespeare schreiben kann. Es wird keinen unter euch geben, der solche gedanklichen Leistungen vollbringen kann wie Einstein, der sich Theorien ausdachte, sehr einfache Theorien, aber sehr präzise Theorien mit sehr großen Implikationen, die erst Jahrzehnte oder hundert Jahre später nachgewiesen werden können, dass sie tatsächlich stimmen. So weit war der in Gedanken seiner Zeit voraus. Könnt ihr das? Könnt ihr Dinge euch ausmalen, die erst hundert Jahre später bestätigt werden? Ist Beethoven göttlich inspiriert? Könnt ihr Musik schreiben wie Beethoven? Ich wette, keiner von euch. Also laut dieser Logik müsste Shakespeare, Einstein und Beethoven göttlich inspiriert sein, was natürlich ein Quatsch ist. Das bedeutet, selbst wenn es so wäre, wenn keiner etwas wie den Koran hervorbringt, dann würde das lediglich zeigen, dass der Hervorbringer des Korans besonders begabt war, Mohammed oder wer auch immer. Weiter geht es aber, dass es eine Video gibt, wo die Suche des Apfels, wer kennt dieses Video? Ich habe es leider nicht mehr gefunden, vielleicht könnt ihr, wenn das einer weiß, wo es genau ist, könnt ihr vielleicht mit reinschreiben in den Chat oder in die Kommentare später. Es gibt ein Video, da wollen Muslime zeigen, hier guck mal, und dann bringt ihr einen Ungläubigen oder einen Nicht-Moslem auf die Bühne und ein Moslem, der rezitiert, ich glaube es sind Franzose, und ein Moslem, der rezitiert dann eine Sure und er rezitiert eine selbst ausgedachte Sure des Apfels. Und der soll dann sagen, was jetzt besser ist. Und das Witzige ist, der Franzose, der sagt, ja, das zweite, das gefällt mir jetzt besser. Also die Sure des Apfels ist dann als besser als der Koran gezeigt worden. Ich habe auch ein Video von Christian Prince gesehen, wo ein Moslem, aber kein Araber, wo dem eine Sure vorgelesen wird und der sagt, ja, siehst du mal, wie toll das ist. Und das sagt dann der Moslem und dann sagt Christian Prince, ja, guck mal, und das ist jetzt eben, das haben Christen gemacht. Und da heißt es im Text unter anderem, dass Mohammed von Satan besessen ist. In diesem Text, in dieser vermeintlichen Sure, der Moslem hat es nicht bemerkt, sondern hat gesagt, das ist ein schöner Koran. Ja, aber noch schlimmer im Koran selbst und in den Haditen sehen wir, der Oma macht ja den Koran. Der Oma sagt Verse, die dann im Endeffekt im Koran landen. Also selbst der Oma beweist schon, dass er selbst Verse wie den Koran hervorbringen kann. Und nicht nur Oma, sondern Satan. Satan kann so einen tollen Koran hervorbringen, so tolle Verse hervorbringen, dass selbst Mohammed, der Prophet des Koran, der Prophet Allahs persönlich nicht merkt, dass dieser Vers nicht von Allah ist, nicht der echte Koran ist, sondern dass es Worte von Satan sind. Also Satan kann wie etwas wie den Koran machen. Und das sagt nicht ich, das sagt der Koran selbst. Also wie kann man so eine Challenge bringen? Ich begreife es nicht. Und nicht nur das, auch die Araber damals konnten Gleiches wie den Koran machen und haben es auch noch gesagt. Da heißt es im Koran, und wenn Ihnen unsere Zeichen verlesen werden, sagen Sie, wir haben es bereits gehört. Wenn wir wollten, könnten wir fürwahr etwas Gleichartiges sagen. Das sind nur Fabeln der Früheren. Also selbst im Koran heißt es, dass die Araber gesagt haben, dass es sie wenig beeindruckt, sondern dass es ja nur Fabeln der Früheren sind, nur alte Geschichten, die sie schon kannten, wie die Geschichten von Dulkanein und andere. Manche sagen, ja, was den Koran als, also da sieht es schon mal schlecht aus. Mit der eine Suche wie diese Challenge kann keiner zeigen, dass der Koran göttlich ist. Davon abgesehen, dass es eine sehr dumme Challenge ist, die selbst Einstein, Beethoven und Shakespeare als göttlich inspiriert beweisen, kann der Koran selbst nicht mal damit mithalten, sondern ganz offensichtlich selbst Satan kann einen Koran hervorbringen, ohne dass der Prophet des Islam das merkt und andere auch. Widerspruchsfreiheit. Ja, das heißt auch im Koran. Wenn die Worte Allahs nicht verändert werden können, wie kann Allah dann eine Offenbarung durch andere ersetzen? Es heißt doch über die Abrogation des Allah Dinge, ja, also hätte ich vielleicht noch mitbringen müssen, es gibt eine Sure, wo es extra heißt, oder vielleicht kommt die dann noch, wenn dieser Koran nicht von Allah wäre, dann würde man viele Widersprüche darin finden. Die Frage ist erstens, warum viele, aber einer oder wenige geht wohl, oder wie? Wenige Widersprüche sind okay, nur viele nicht, oder was ist das für eine Logik? Aber sei es drum, gucken wir mal, ob wir viele Widersprüche finden. Also, einerseits können die Worte Allahs nicht verändert werden, aber andererseits wird dann eine Offenbarung durch die andere ersetzt. In einer Sure heißt, ein Tag sind 1000 Menschen Jahre, in anderen heißt, ein Tag sind 50.000 Menschen Jahre. Auch hier können Muslime natürlich eine Antwort finden. Okay, geschenkt. Kann man vielleicht erklären, ja, das ist beides möglich. Nichtsdestotrotz, erst mal, Oberflächenwert, es widerspricht sich. Man kann vielleicht eine Antwort finden, aber dann frage ich, wenn ihr solche Zahlenunterschiede habt, solche Widersprüche habt, warum kreidet ihr in der Bibel Zahlenunterschiede an, die noch viel besser erklärbar sind? Ich verstehe nicht, warum Muslime auf die Bibel schießen, und wenn sie selber solche Dinge haben. Auch die Erde wurde in sechs Tagen erschaffen, nach einer anderen Suche in acht Tagen. Einerseits gab es neun Plagen oder Zeichen, andererseits nur fünf. Jesus ist nicht gestorben, aber er ist doch gestorben und auferstanden. Allah könnte einen Sohn haben, aber in einer anderen Suche könnte er es nicht, selbst wenn er es will. Der Koran ist in reinem Arabisch, aber es gibt ganz viele Fremdwörter, die nicht auf Arabisch sind. Ägyptisch, Akkadisch, Asyrisch, Aramäisch, Persisch, Syrisch, Hebräisch, Griechisch, Äthiopisch. Ist doch nicht wahr. Ist doch dann ein Widerspruch. Und der Koran ist in klarer arabischer Sprache, sagt eine Suche, die andere sagt, und auch noch, damit Männer mit Verstand ihn begreifen, aber gleichzeitig heißt es, niemand kennt die Auslegung von einigen Suren außer Allah. Da fragt sich natürlich, ist jetzt klar und arabisch und begreifbar, oder kennt nur Allah die Bedeutung? Allah schreibt vor, dass die die Eide brechen, das unter Verlust ihrer Seele tun. Wer Eid bricht, der verliert seine Seele. Aber Mohammed wird erlaubt, seinen Eid zu brechen. Hm, kein Widerspruch? Aber bei Mohammed gilt jeder Widerspruch. Mohammed darf ja alles. Jede Sünde, alles. Manchmal erlaubt Allah, dass die größte aller Sünden, Shirk, vergeben wird, und andererseits ist es unverzeihlich. Auch hier wieder, Mohammed begeht Shirk, dann ist es natürlich kein Problem. Aber alle anderen kommen unverzeihlich in die Hölle. Wie viele Flügel haben Engel? Zwei, drei, vier Paare? Oder wie Gibrael, 600? Gab es mehrere Engel? Auch hier übrigens, es wird von Muslimen immer wieder vorgeworfen, ja, bei euch in der Bibel, einmal im Sinn am Grab ein Engel, einmal sind zwei Engel. Ja gut, wie war es denn bei, und auch das, dieser Widerspruch lässt sich sehr gut klären, indem man sagt und sieht, der eine war halt einfach mehr in Aktion, der andere, der war halt mit dabei. Und deshalb kann man von dem einen reden, der da redet, oder man kann von beiden, die da waren, berichten. Aber wie war das bei Maria? Gab es da mehrere Engel, die die Geburt von Jesus ankündigten, oder gab es nur einen? Denselben Widerspruch, nur halt nicht so leicht klärbar, gibt es hier im Koran. Liebe Muslime, wie reagiert ihr darauf? Wenn ihr dieselben Dinge seht, die ihr Christen vorwerft, wenn ihr ehrlich seid, müsstet ihr die Sachen jetzt auch dem Islam vorwerfen, dem Koran vorwerfen. Wurde Isa wie Adam erschaffen, nämlich durch Formung, durch Allas Hände und dann durch Sprechen sei, oder wurde er durch Einhauchung des Geistes, durch Jibrail in Mariams Geschlechtsteil geschaffen? Und so weiter. Hier ist nochmal dieser Vers. Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Doch, wir denken sorgfältig nach. Und wir gucken. Wenn er von jemandem anderen wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Okay, damit haben wir bewiesen, dass der Koran nicht von Allah sein kann, weil wir haben gerade viel Widerspruch in ihm gefunden. Also auch diese Geschichte mit der Widerspruchsfreiheit geht nach hinten los. Und nicht nur das, auch das ist wieder ein unglaublich dummes Kriterium. Sind Mathematikbücher göttlich? Ein normales Mathematikbuch enthält keine logischen und inhaltlichen Widersprüche. Ist es deshalb göttlich? Sind Bedienungsanleitungen göttlich inspiriert? Eine normale durchschnittliche Bedienungsanleitung, wenn sie nicht gerade von dem Chinese mit Google-Übersetzer geschrieben worden ist, ist widerspruchsfrei. Sind Kinderbücher göttlich inspiriert? Ich kann euch eine Menge Kinderbücher irgendwoher besorgen, kann euch zeigen, die meisten Kinderbücher enthalten keine logischen und inhaltlichen Widersprüche. Sind Kinderbücher deshalb göttlich inspiriert? Diese Kriterien der Widerspruchsfreiheit ist, Entschuldigung, dämlich. Es ist einfach, es beweist, es beweist alles Mögliche als göttlich. Mathematikbücher, Bedienungsanleitungen, Kinderbücher, es ist doch ein Unsinn. Das ist doch kein Kriterium Widerspruchsfreiheit für Göttlichkeit. Zumal wir auch jede Menge Widersprüche finden. Dann, natürlich, das muss eigentlich sein, dass die Schriften der Juden und Christen, die können ja nicht im Widerspruch dazu sein. Weil es ja laut Koran denselben Ursprung hat. Das Problem ist, erstens, dass diese vier Schriften, und da fängt das Problem schon an, der Koran kennt drei Schriften, Torah, Sebur, Injil, während die Bibel und Juden und Christen, wobei Juden natürlich das Neue Testament nicht akzeptieren, aber die anderen drei werden von beiden akzeptiert. Torah, Naviim, also die Propheten, und Ketuvim, die übrigen Schriften. Und das sind auch wieder keine einzelnen Bücher, sondern Büchersammlungen. Die Torah war so viel, dass sie in fünf Büchern geschrieben werden musste, weil die Rollen sonst zu groß geworden wären. Deshalb Pentateuch, das Fünfbuch, Tora, also fünf Toras gibt es genau genommen, fünf Teile der Tora. Die Naviim, die Propheten, die auch wieder aus vielen bestehen, und die Ketuvim, die auch wieder aus vielen bestehen, die Ketuvim, die haben dann die Psalmen drin, was man vielleicht sagen könnte, ungefähr der Sebur ist, weil immerhin über die Hälfte der Psalmen sind von David, knapp über die Hälfte. Und mit viel Bauchschmerzen könnte man sagen, okay, vielleicht ist es dann der Sebur. Und das Neue Testament, was auch wieder eine Sammlung von Schriften ist. Also der Charakter, und das wird schon vollkommen verkannt, geschweige denn der Inhalt, die Schriften der Juden und Christen widersprechen dem Koran vorne und hinten. Was natürlich, obwohl sie sich gegenseitig nicht widersprechen. Und wenn ihr jetzt vier Leute auf einer Seite stehen habt, und die sagen, hey, eins sagt die Wahrheit, zwei sagt die Wahrheit, drei sagt die Wahrheit, vier sagt die Wahrheit, die bestätigen sich alle gegenseitig. Und dann kommt Jahrhunderte später noch einer dazu und sagt, hey, ihr sagt alle die Wahrheit. Und die sagen, aber du lügst. Jetzt überleg dir mal, wem würdest du glauben? Den Vieren, die sich gegenseitig bestätigen, die von dem anderen bestätigt werden, oder glaubst du diesem einen, der sich selbst allein bestätigt und von allen anderen Lügner genannt wird? Wem glaubst du? Also für mich ist es ein klarer Fall. Die ewige Bewahrung des Korans, das haben wir jetzt auch gelernt bei Iman TV, dass der Koran ewig bewahrt worden ist und vollkommen, wie es sagt Annas, bis zum letzten Wort, bis zum letzten Strich und zum letzten Punkt. Allerdings muss man natürlich sagen, okay, am Anfang gab es einen, oder immer gibt es einen himmlischen Koran. Und da habe ich jetzt erst ein Video gesehen. Leute, habt ihr es auch gesehen? Ich weiß nicht. Da hat einer vom Iman-Team, hat sagen wollen, erklären wollen, also er wollte quasi diese Problematik mit dem himmlischen Koran ein bisschen auf die Seite wischen und hat behauptet, dass der himmlische Koran ein Buch ist, in dem alles steht, die gesamte Geschichte des Universums. Ich möchte sehr gern die Quelle dazu sehen, wo er das hernimmt. Also ich nehme meine Quelle aus den islamischen Kommentaren, wo es zum Beispiel über Sura 43, 1-4 heißt, bei dem deutlichen Buch, wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr begreifen mögt und gewiss, er ist in der Urschrift des Buches bei uns, wahrlich, erhaben und weise. Und da heißt es bei Ibn Abbas, dass diese Schrift, dass das im Prinzip der Koran ist, der Ur-Koran. Ebenso Ibn al-Kafir, wo erklärt wird, wie hoch der Status des Koran ist, dass er da oben im Himmel ist. Und dass es die Mutter des Buches ist, der Koran. Und auch Al-Jalalain bestätigt das, dass das Mutterbuch die Quelle aller Schriften ist. Das ist nicht ein Buch, wo das gesamte Universum festgeschrieben steht. Ich weiß nicht, wo dieser Mensch da von Iman TV, wo er das hernimmt. Also ich gucke in die arabischen, in die islamischen Kommentare und in die islamischen Schriften und sehe, dass es nicht so ist. Aber natürlich, um den Koran zu bewahren, wenn man das Argument irgendwie aus dem Weg räumen muss, dann ist einem jedes Mittel recht. Abrogation, ja okay, dieser himmlische Koran, der ist natürlich unverändert, aber es werden trotzdem Dinge verändert. Es ist alles gleich, aber Allah ändert es. Okay. Dann wird aus diesem einen himmlischen Koran werden auf einmal sieben Achruf mit verschiedenen Wortlauten. Ich habe in dem Video, wo ich Beispiele, wo ich über diese Iman TV und die Verwirrung um die Achruf, da habe ich ein Beispiel gezeigt, wo Mohammed selbst einen völlig anderen Wortlaut sagt, wo man zu Allah entweder sagt, er ist, oh jetzt weiß ich, kriege ich die vier nicht mehr ganz auf die Reihe, allweise und allhörend oder allwissend und allmächtig, glaube ich. Also diese vier Sachen, das eine zwei hier, zwei da, entweder sagst du so oder sagst du so, ganz egal, das sind unterschiedliche Worte. Das ist nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit, nicht nur ein Dialekt. Und von diesen sieben angeblichen Koranen oder Achruf sind alle Originale vernichtet worden. Alles, alles, 100% der Originale. Und wir wissen von verlorenen Suren, von denen uns berichtet wird, wir wissen von vergessenen Suren, die die Leute rezitiert haben und dann ist es nicht mehr eingefallen, bis auf einen Vers zum Beispiel, der aber auch nicht mehr im Koran ist. In demselben Video wird auch versucht zu sagen, ja gut, wenn die das vergessen haben, dann war es quasi von Allah. Ja gut, warum wussten sie dann aber diesen einen Vers noch? Und warum ist dieser eine Vers dann nicht im Koran? Dann wissen wir von ergänzenden Versen, die reingeschrieben worden sind. Wir wissen von veränderten Versen, die so waren, aber dann ein bisschen abgeändert wurden. Wir wissen von gefressenen Versen, wieder die bekannt sind, die vielleicht sogar Uma noch weiß, aber die nicht mehr geschrieben stehen. Wenn ihr die kennt noch, die Verse, warum stehen sie nicht mehr geschrieben? Aber wenn sie nicht mehr geschrieben stehen, das heißt, sie sind abrogiert worden. Aber wie kann etwas abrogiert werden nach dem Tod Mohammeds? Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Für Abrogation brauchte man Mohammed, weil ein Vers durch den anderen ersetzt werden sollte. Wenn was gefressen wird, ist er einfach weg. Und da Mohammed da tot war, konnte er es nicht mehr ersetzen. Also gefressene Verse. Erschaffung und Bearbeitung eines Korans. Da wurde aus diesen sieben, acht Ruf mit unterschiedlichem Wortlaut, sieben, mit unterschiedlichem Wortlaut wurde eins gemacht, ohne unterschiedlichen Wortlaut. Das heißt, von diesen sieben, acht Ruf sind sechs verloren gegangen. Und danach die Entstehung von hunderte Kiraat. Also nochmal, diese sieben, die sind verloren gegangen. Es gibt nur noch eins. Und aus diesem einen, aus einem einzigen Buch, entstehen hunderte Kiraat. Auch das sind keine Dialekte. Auch das, da geht es nicht darum, dass nur Punkte anders gesetzt werden. Diese Kiraat, die haben teilweise, nicht viel, aber an einigen Stellen, einen unterschiedlichen Rasen, einen unterschiedlichen Konsonantentext. Wie können sich aus einem Buch hundert verschiedene Bücher oder hunderte verschiedene Bücher bilden? Und wie können von diesen hunderten sieben ausgewählt werden? Aber nicht nur sieben, sondern dann kamen noch drei dazu. Ein paar hundert Jahre später. Dann sind es jetzt zehn. Manche sagen auch noch vier zusätzlich, dann sind es 14. Aber sagen wir mal zehn. Wie können diese zehn von den sieben entstanden sein, die reduziert worden sind auf eins? Wer kann ernsthaft denken, dass der Koran ewig bewahrt worden ist? Und übrigens von diesen sieben wurde dann wieder einer auserwählt, nämlich der Hafs. Dieser eine Hafs wurde auserwählt. Aber warum gibt es von diesem einen Hafs wiederum sieben Versionen? Leute, wer denkt, der Koran ist ewig bewahrt worden, dem kann man wirklich nicht mehr helfen. Der sollte wirklich mal seine islamischen Quellen lesen und dann kann man da einiges sehen. Ja, dann. Es sind schon zwei Gäste im Stream drin, in dem Warteraum. Ihr könnt dann gleich mal mit dazu. Ich mache erst mal noch bis, ich mache noch zur Selbstbeschreibung, also ich mache noch ein paar Punkte, dann kommt ihr gleich dazu, dann gibt es erst mal ein kleines Gespräch. Selbstbeschreibung. Also, der Koran beschreibt sich als detailliert. Die Selbstbeschreibung, die könnte ja sagen, okay, wie göttlich das ist. Der Koran ist so detailliert. Nur, so detailliert, dass nicht mal die fünf Säulen, nicht mal das islamische Glaubensbekenntnis ist im Koran zu finden. Der Koran sei klar. Wir haben vorhin gelesen, Alif, Lam, Mim. Alles klar? Weißt du, was damit gemeint ist? Kein Gelehrter weiß mit Sicherheit, was damit gemeint ist. Aber es ist klar. Der Koran sei auf Arabisch. Aber Isa, weiß kein Mensch, was das bedeutet. Arabisch ist schon gar nicht. Israel, ein hebräisches Wort. Jibril, sogar der Engel des Koran, sogar der wichtigste Engel und alle Engel des Koran haben hebräische Namen, keine arabischen. Was soll das? Und selbst das Wort Aya, Vers, und das Wort Koran, Vers bin ich mir nicht hundertprozentig, auch ich glaube, aber bei dem Koranwort, bei dem Wort Koran, bin ich mir hundertprozentig sicher, es ist nicht arabisch. Was ist das für ein Koran, der selbst den Namen von einer fremden Sprache braucht? Also Selbstbeschreibung geht total in die Hosen. historisches Kreuzigung, wird gesagt, ja, Pharao hat Leute gekreuzigt, gab es noch nicht. Jesus wurde nicht gekreuzigt, doch, ist gekreuzigt worden, ist die sicherste Tatsache der Antike. Oder es wird geschrieben über den Dirham, zum Beispiel, ich vermute, hier geht es um Josef, dass der Josef, ja, Suche 12, es geht um Josef, der zu einem niedrigen Preis verkauft worden ist, für einige gezählte Dirhams. Das Problem ist, Josef lebte 1800 Jahre vor Christus, Münzen überhaupt wurden erst in den 600er Jahren vor Christus durch die Lydia erfunden, also 1200 Jahre bevor es überhaupt Münzen gab, wurde Josef schon für Dirhams verkauft. Und die Dirhams selbst, die gab es erst 661 nach Christus, wurden die erst durch die Sufjanis eingeführt, also erst überhaupt nach Mohammed. Da sieht man mal, dass dieser Vers ganz offensichtlich nach, deutlich nach Mohammed geoffenbart worden ist, weil es danach gar keine Dirhams gab. Zur Zeit von Mohammed. So viel übrigens auch zur Abfassungszeit des Korans. Inhalt, ist der Inhalt beeindruckend? Ein Gottglaube, ja, wir müssen doch alle an den Koran glauben, weil der Koran bringt uns ein Gottglaube. Okay, dann müsste ich ja auch an die ägyptischen, an manche ägyptischen Steine und so glauben, weil zum Beispiel der Echnaton, der hat den Ein-Gott-Glaube eingeführt, dass er seinen Aton verehrt. Das Jesidentum, die von Muslimen verfolgt worden sind, verfolgt, getötet, vergewaltigt, im Irak. Die Jesiden sind Monotheisten im Prinzip. Zoroastria, Bahai, heißt das auch, dass das dann göttlich ist, weil es Ein-Gott-Glaube ist? Oder ist der Inhalt vom Koran, ist der so toll mit dem Dschihad? Jetzt gibt es natürlich manche, die sagen, nein, der Dschihad, den gibt es ja gar nicht. Dann ist es erst mal sehr schön, dass ihr offensichtlich das nicht für gut heißt. Das zeigt, du hast ein Gewissen, du hast ein gutes Herz, aber das zeigt auch, du kennst deine Schriften nicht. Ich gehe da jetzt schnell drüber. Sura 9, Vers 29, da heißt, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten hat und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Also kämpft, und hier steht das Wort K-D-U, tötet oder kämpft mit tödlicher Gewalt gegen die, die nicht Muslime werden wollen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten, also so lange gegen diese Völker kämpfen, bis die, die übrig bleiben, unterwürfig, und das war historisch dann so, dass die angriechen mussten mit Geld und Geld abgeben, damit sie nicht getötet wurden. Und auch unter der muslimischen Herrschaft, die jetzt nach dem arabischen Frühling gekommen war, oder um den arabischen Frühling in Ägypten, gab es dann Zeiten, wo die strengen Muslime, die Muslimbruderschaft geherrscht hat, und da mussten Christen, teilweise fünft, überlegt euch mal, Ägypten, armes Land, wobei viele von den Christen haben, es sind zum Beispiel Goldschmiede oder so, sind relativ reich, die mussten 50 Euro täglich bezahlen, damit sie nicht umgebracht werden. So sieht es dann konkret aus. In unserer Zeit, in unseren Tagen. Damals nicht viel anders. Hier nochmal, da steht Kartilu, Fight oder eben Kämpfen mit tödlicher Gewalt. Wen es interessiert, ich blende kurz noch hier die Kommentare ein, wer sagt, ja, Klaus, du interpretierst das falsch. Lest nach. Meine Interpretation ist noch freundlich. Lest in den Kommentaren nach, was dazu gesagt wird, wie Ibn Al-Kathir und so weiter, das Schildern, was das bedeutet. Es ist grausam und das soll auch Maududi ähnlich, soll das göttlich sein? Und warum ist Gott angeblich gegen Frauen, gegen Juden, gegen Christen, gegen Andersgläubige, was ist das für ein Gott? Was macht das für einen Sinn? Sollte der nicht lieber sehen, dass er die einlädt und gewinnt, anstelle gegen sie zu kämpfen? Ja, ja, im Koran finde ich keine Liebe Gottes. In der Bibel heißt Gott ist Liebe, aber das finde ich im Koran nicht. Warum nicht? Ich finde auch keine Nächstenliebe. Ich finde, in den Haditen dann, finde ich, dass ich Muslime lieben soll. Ich finde ja nicht mal Liebe zu einer Frau. Ich finde im Koran keinen einzigen Vers, dass ein Mann seine Frau lieben soll. Ich finde Verse, dass man Kinder heiraten darf. Ich finde Verse, dass man seine Sklaven zur Prostitution zwingen darf oder man soll nicht, auch wenn es doch gemacht wird, auch egal. Allah ist vergebend und barmherzig. Solche Dinge finde ich im Koran, aber ich finde keinen einzigen Vers, dass man seine Ehefrau lieben soll. Und dann kommt eben die Frage der wissenschaftlichen Wunder. RING TITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vielen Dank.